ja hallo zusammen da bin ich wieder mit meinem let's play zu kummer den konkurren tv im konflikt remaster edition auf seiten der nord nachhol mission die letzte ganz genau liebe leute und ja wir waren beim letzten mal hier und haben uns jetzt schon den anfang gemacht und wir haben aber leider den kommando verloren und mein gott ich weiß in der zwischenzeit dann warten bis hier der sag schon bis hier der ding es kommt der bauhof so und ja habe allerdings der zwischenzeit schon mal ein bisschen reingespinkst die mission ohne euer beisein tatsächlich und ja ich habe jetzt ein bisschen mehr erfahrung ist diese mission angeht ich weiß dass hier unten ein paar wenigen stehen und ich weiß auch dass ich mich hier vormauern muss keine leute weil ich muss hier mit mauern arbeiten weil hier unten diese basis ist extrem befestigt und ja dann versuchen wir das doch einfach mal so man macht jetzt hier die kaputt los macht den auch im arsch da so ok alles klar also ich muss mich hier tatsächlich mit der oberlisten vorarbeiten genauso sieht es aus ja wenn ich sagen machen wir das einfach mal so hier muss allerdings noch einer hin das kann doch eigentlich sein weil ich habe ich habe nämlich noch mal gespielt wie gesagt und da hat es irgendwie nie ausgereicht hier ein turm da kommt der luftangriff wieder ok das muss doch irgendwie ausreichend ich meine das kann ja das kann ja nicht angehen so dann bau bitte noch ein obelisken leute leute hier so da kommt er angeschissen jetzt hier mit seinen jeeps so jetzt kommt er mit den panzern an genau und hier sagt sehr gut da setzt sich das der hat nämlich nicht ausgereicht dieser turm da so kommt er gleich noch mit mammut glaube ich mit einem panzer kommt der sagt gleich noch so da kommt er mit dem mannicken an genau und dann haben wir dann auch schon mal besser verteidigt da muss schon mal besser verteidigt tatsächlich und dann können wir uns weiter hier runter arbeiten aber ich brauche nacht vor diese drei raketen typen weil wenn ich jetzt gleich den turm aufstelle dann kommt er mit dem organ geschissen so sammeln halt das war es da mit dir ne und tschüss aufstand der bürger noch am ende ja so leute dann würde ich sagen versuchen wir das doch mal ich würde sagen speicher das ding und 13 und ja dann freue ich mich dass du mal wieder hier dabei seid weil keine konkurri maß dort letzte 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 noch mission tatsächlich jetzt wirklich die letzte bam so hey wofür ist der wofür der denn jetzt lang na egal und die kommen direkt zu zweit die kommen direkt zu zweit woher das ist das ist das ist scheiße gerade echt und nein macht doch nicht so ein mist der kommt zu zweit da an wartet man ich habe eine andere idee ich traue mich einfach mit geschützt um hier durch genau leute geschützt über die sind doch viel billiger oh man so genau geschütztürme leute der orca oh mein das hat mich das klappt irgendwie auch nicht wartet mal das gesagt klappt irgendwie auch nicht so wie ich das will hier so jetzt zieht den sammler mal bitte hier in die stetig zieh dieses scheiß raketenwerfer teil mal bitte hier endlich mal rein so so ich weiß wie ich glaube ich weiß wie wartet mal ich musste ihn einfach hier dem vor die nase klatschen dann klappt das so ja hört doch jetzt mal auf der kann schon nerven hier muss ich sagen ja der kann schon echt nerven so dann einfach hier so genau ja weiß ich nicht ob das klappt ähm wegen den scheiß orcas ich muss mich einfach hier durchtauern mein gott was ist denn daran das kann denn daran so schwer sein ja die halten halt nix aus die dinger das ist das problem boah ey da knallt aber auch ordentlich druff da muss ich sagen nö die krieg ich irgendwie nicht die krieg ich so nicht leute äh laden wie krieg ich die denn da unten wie kann ich mich denn da unten durchtauern jetzt mammut wie kann ich mich da jetzt durchtauern so zieh den raketenwerfer bitte hier rein man zieh den raketenwerfer einfach hier in diesem turn wie mach ich das jetzt am besten ähm vielleicht genau so leute aha oh das war jetzt ein fairer tausch oder wartier so ähm dann schnell ah shit shit das war wieder verkackt ähm der borte jetzt nämlich nach oder schaffe ich das wartet mal muss mich dahin bauen konstruktion fertig muss ich gerade echt konzentrieren nein scheiße okay ähm aber so geht's leute so geht's ich muss mich einfach sammler kommen jetzt einfach hier hinten hin so du nervst ich muss mich einfach erstmal mit den sansak parieren da unten rein bauen abgebrochen so das hat doch der dings auch gemacht der zug zu wie das hat er ja auch so gemacht genau richtig und ähm ja liebe leute dann hoffe ich dass uns das dennoch hier gefällt auch wenn wir jetzt hier ein bisschen abfehlen ähm ach nee was zur okay warum das denn naja gut eher ähm dann muss ich mich ja jetzt hier echt äh äh ja ich nehme jetzt einen scheiß luftangriff ey ja ist gut so dann hier komm mach den turm da im arsch so ich glaube jetzt haben wir es äh 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 was kommt der denn hier alles angeschissen ey so aber jetzt haben wir zumindest zumindest schon mal ein anfang das ist doch schon mal mega genial ey jetzt haben wir zumindest schon mal ein anfang hier ist das nicht geil leute ist das nicht geil so dann so ach dann kommt er mit orcas okay ähm dann muss ich dann nochmal von ganz da oben arbeiten äh gut dann muss ich dann nochmal von ganz da oben arbeiten Leute ja genau ich hoffe dass die kohle hier noch lange reicht ey wenn nicht dann habe ich gleich ein problem so das muss reichen nein ach verdammt ey ach verdammt ey ihr wollt mich da verarschen echt jetzt fehlt da ein Zipfel die orcas gehen wir auch auf den piss irgendwie aber naja was soll ich machen äh ne eigentlich wartet mal nicht auf die mannigen bist du dann bist wahnsinns so ich muss mich hier irgendwie wieder drein wartet mal ich muss zuerst okay alles klar dann habe ich es ja jetzt mit wieviel einheiten der gegner angeschissen kommen das unglaublich echt ja klar natürlich ich hab doch unendlich kohle hier mein gott so ähm naja kommt er wieder mit den orcas an warte mal bau mal ne flack bau mal ne flack schnell so ähm oh nein egal ach verdammt ey das ist doch ein das ist ein Penner echt ähm aber ich hab jetzt hier ne flack stehen das ist schon mal ganz gut da kann ich ihm zumindest schon mal die die orcas weg holen mit so da kann ich ihm zumindest schon mal die orcas mit weg holen ja so sehr schön leute alles klar dann haben wir das doch das reicht nicht was ja gut ja jetzt geht die kohle nämlich flöten jetzt ist es halt noch jetzt ist es halt soweit aber ja genau das muss stehen was macht er da die flack ja jetzt haben wir es halt das problem scheiße aber hier und so was versucht er da was versucht er da auch mit dem invasor was was wieso das denn jetzt was will der jetzt mit meiner energie äh hä geht der auf meine energie drauf was ein sack was ein sack ey echt ich glaube ich werde nicht mehr so dann verkaufen bitte den bauhof hier oben auch keine zwei meine fresse so dann hier genau wie du hast auch irgendwie tausendmal luft angriff ne so so da ist der scheiß orca von ihm sehr gut so wunderbar liebe leute so ich glaube dann haben wir es jetzt gehen wir ein bisschen erkunden tatsächlich ich glaube sehr gut dann müssten wir das doch jetzt hahaha die bmt ist ja die bmt ist mein gott ähm gut wartet mal was zur was versucht er da weißt du was baue hier oben noch eine flack hin so ähm genau und jawoll dann sind wir hier ja auch schon weiter gekommen ähm dann bau ihm da halt eine flack hin dann verkaufe die Silos weil ich werde hier nämlich eh wieder Geld oh Geldprobleme haben jawoll 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 nicht leute ich kann dem lande sein forschungszentrum nicht einnehmen mann aber ich kann ihm die energie klauen ich kann ihm die energie klauen und dann hat er da unten keinen keine energie mehr für seine scheiß raketentürme ja danke du bist auch ganz toll aber so klappt das doch leute so können wir uns hier ein kleines standbein aufbauen und du machst bitte diese blatt wollte ich gerade sagen kommt ihr mal bitte da unten raus ich will den jetzt hier einnehmen okay okay macht die minik fabrik platt dann muss ich den leider noch mal bauen oder wartet mal nie wartet mal ja so muss man hier vorgehen das ist total beknackt aber es ist leider so da kann ich mir gleich auch die silos klauen oh mein gott das wird so gut gleich das wird so gut gleich nein aber nicht in die reichweite des turms ja gut liebe leute dann läuft das ja weil wenn ich hier unten die wieder waffenfabrik kriege dann aber ich gewonnen gleich und nein okay gut so dann kann es losgehen würde ich sagen können wir uns jetzt hier seine energie gleich klauen wenn es schade ist man das hier nicht kaputt machen kann ich speicher dass man so und 13 not so dann versuche ich nämlich gleich mal dem seine kommunikation zentrale doch zu machen oder oder stopp 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 leute wenn das frisst schon viel energie was das mal stehen so dann hole ich ihm jetzt wo ich jetzt hier sein alter gut gut der mit seinen bonbon so jetzt sollten die eigentlich ja nicht mehr funktionieren die türme jetzt nach der logik geht nicht mehr die sollten jetzt kaputt sein die türme sollten jetzt wirklich kaputt beziehungsweise offline sein so nicht kaputt aber offline da schließt er noch mal unglaublich unglaublich echt kann ich ja testen der funktioniert immer noch warum das denn ja gut aber der rakete wird zum glück schon mal weg so sehr gut das ist nicht schlimm was macht die scheiß ding kaputt so bam 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 sehr gut so dann hier unten leute hand von not und dann würde ich sagen ich bin mir unsicher um ehrlich zu sein das bringt gar nichts an geld und seht ihr das da ist nämlich noch eine verteidigung wartet mal er übernimmt das holter rost so gott scheiße nein leute ich will diese mammuts haben es sei denn der baut das jetzt nach war das bitte nach und ich hab's wieder nicht gespräch hat es was bitte nachbauen der soll das bitte nachbauen das ding oder hat er kein geld mehr jetzt verdammt ich will die waffenfabrik haben ne leute ich will die waffenfabrik haben aber kommt ich habe doch da unten abgespeich ja okay okay das ist in ordnung ja oder vor dem vor dem einnehmen ja genau gut dann machen wir das ganze noch mal ja ist ja gut ist ein ganz toller du bist ein ganz toller so dann obelisk bitte man 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 hallo dass die mal raus danke ja liebe leute jetzt mal wie es euch so geht wirklich mal interessieren mir geht es sehr gut tatsächlich sagen in diesem freitagabend wochenende steht wieder vor der tür dann spreche ich das jetzt aber noch fenster auf weil es gerade so schön angenehm da draußen also schnell kann ich doch gar nicht so ein mammut raus unfassbar so schnell kann ich ja gar nicht reagieren leute was so was war das schon wieder dankeschön dass du in beide türme rein fährst wie blöd muss man eigentlich sein jetzt macht doch nein kommt schon okay gehandelt okay das war gehandelt eins gegen eins okay aber ist in ordnung weil ich kann den jetzt nachbauen das ist ein akt hier diese basis einzunehmen so das ist ein akt hier ich sage euch was seit wann was zur hölle also das ist ja wohl nicht eine unverschämtheit oder geht es kaputt war man so direkt kaputt machen so holte was so was ist jetzt auf einmal los hier meine türme gehen kaputt wie die fliegen kann ja wohl nicht angehen kann ja wohl die sein hier macht die kaputt da so nicht überfahren das ist doch ein penner echt nicht 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 überfahren hier ja gut aber das passt also zack hier wunderbar so hand von not hier unten hin los schneller ist keine verteidigung mehr um ein gott gut aber eigentlich ich hatte ja auch nicht mehr so dann sich ein inversor bauen und natur lieber ach gott was ist denn jetzt hier wieder kein geld weil der sammler wieder in die letzte ecke fährt verkauft den kommen so wartet mal leute ich speichert hat noch mal dann gucke ich mal wie viel da ist noch eine hier in der cola hat das hat sich ein bisschen gelohnt okay wenigstens ein bisschen schon mal gut so dann bitte obelis lichtes das leben eigentlich auch schon der bauhof so wenn ich diesen turm nämlich gleich direkt aufbauen ja du bist wieder ein ganz geiler weißt du bist wieder ein ganz geiler hier die türme zu reparieren hier weil er jede zehn sekunden mit seinem scheiß luftangriff kommt so dann hier macht schneller jetzt schon wieder kaputt gegangen das ding geht aber auch schnell kaputt und die folge ist schon wieder voll naja gut dann mache ich halt noch ein paar minuten dann muss ich mich weiter durch einnehmen er macht halt den den orca da platt ja das lohnt sich jetzt eigentlich nicht mehr wobel ist das licht ist so dann baue ich den jetzt als erstes auf ach du scheiße wer kommt da denn jetzt hier mit ach du heilige kacke das finde ich jetzt nicht lustig kollege das finde ich jetzt nicht witzig ähm ooooh alter was was zur kommt der denn jetzt hier ah ich hätte den dings nicht angreifen sollen ne alter leute das bellic macht richtig guten job da so das hätte ich vielleicht nicht einnehmen dürfen ist mein sammler weg nee okay alter alter leute was zum teufel ich glaube ich habe den ein bisschen sauer gemacht kann das sein ich habe wieder kein geld was nein was nein leute um gottes willen um gottes willen ey was so das ist doch ein was für ein wichser sorry aber was für ein wichser kann ich vergessen nochmal laden alles klar gut also ich darf den orca nicht angreifen dann kommt er nämlich angeschissen oh gott ich darf mit denen gar nichts machen wie bescheuert ist das ey oh mein gott leute ey ich könnte echt im strahl kotzen so wie das gerade hier läuft aber irgendwie geht schon ich mein ja toll seit wann geht denn da ist der turm dann drauf was macht der ach meine fresse ey so dann so dann nehme ich mir jetzt diese kack waffenfabrik von dem leben so ja klar natürlich so alles klar leute so dann muss ich jetzt hier aufpassen was ich jetzt hier mache eh so ja klar der sammler der geht wieder das ist doch wohl nicht wahr was so so sonst sagt barriere so so okay nein hier kaputt machen was für ein wichser echt boah ich hab zum glück noch holter schwede ich hab zum glück noch die männigen fabrik hier das ist ein ein arsch echt jawohl was für ein arsch so aber haben wir alles gut okay hallo festigungsturm was so ja toll scheiße na gut aber den bauf habe ich eh nicht gebraucht gti sachen brauche ich hier nicht leute kein geld ey jetzt habe ich wieder geldprobleme ja klar ey was ist denn das hier was ist denn das hier schon wieder ey das kann es auch neu ich komme wieder nicht voran ich komme hier wieder nicht voran jawohl was was eine drecksmission was eine richtige drecksmission wirklich ja auf das jetzt echt nicht mitgerechnet um ehrlich zu sein so verkauft das kohle man ja klar natürlich ja du bist du ganz geiler direkt drauf ballern da so meine fresse so noch ein obelisken ich kann diesen turm da platt machen so los ich brauche noch irgendwas so hier so immer diese scheiß geld probleme ja klar und verkaufen so mache ich denn da überhaupt macht doch mal hier so genau leute habe ich eigentlich weggenommen warum nicht wo sind die mammuts wo sind die mammuts das verstehe ich jetzt ich brauche noch ein radar acht okay ich brauche noch ein radar von ihm so weißt du was dann brauche ich mir jetzt mal da oben einfach ein faktum auf oder zwei da muss müssen nämlich zwei rein so dann macht die silo ja platt so macht die raffinerie weg so und bam bam dann baue ich mir jetzt hier oben zumindest eine verteidigung mal auf 32 minuten ja dann wird es halt eine 40 minuten folge ich meine seid ihr schon gewohnt da seid ihr ja schon gewohnt da ist er wieder ein ganz geiler mein gott ich habe immer noch nur einen sammler hier rumgurken ja was soll ich machen ich muss mir hier mal ein bisschen luft verschaffen hier so meine fresse so gut dann baue ich hier auf ich muss mich hier tatsächlich durch mauern das ist so eine müßige mission aber so schritt für schritt leute schaffen wir dort den hier brauche ich nicht mehr so schritt für schritt schaffen wir das tatsächlich ich habe jetzt da oben ja den einen der reicht ja auch eigentlich also der eine da reicht eigentlich immer sein das ist irgendeine ganz komische scheiße gut leute dann haben wir hier unten jetzt für uns zumindest schon mal ein bisschen durchkämpft genau und hier und hier oben und dann bitte so genau dann klau ihn bitte seine silo ist hier so sonder dann gehe ich schon mal rein auch nie wieso 0 was für ein sack was ein sack so aber da kannst du ja schon mal ach dann lasst du kommst dann lasst nicht laschet sondern laschet schlechter witz ich weiß ich weiß leute produktion am laufen halten hier ohnehin das war das war eine scheiß idee na gut ja kaum reparieren der hat irgendwie alle drei minuten luftangriff keine ahnung leute verstehe auch nicht warum ich keine marotpanzer habe ich stehe ihn da vielleicht einnehmen keine ahnung hat dieses silo da das kann ich mir doch nehmen da muss doch jetzt genug geld drin sein der baut wieder irgendwas er macht es wieder leer genau dann wenn ich ihn immer so baue macht es leer das ist ein troll echt das ist ein troll ich glaube ich kann es euch gar nicht anders sagen so aber schritt für schritt er ist so müßig da mache ich mir jetzt ja alles platt und tschüss so kassi energie noch platt machen ja komm dann nimm das radar ein macht das video kaputt habe ich meine war muss nur habe ich nicht warum auch immer warum auch immer ich keine mammuts kriege das ist das voll unfair ja gut dann war aber trotzdem mal ein jeep ah nee wartet mal ich muss doch hier unten noch diese sachen kaputt machen so dann dann stelle die meldingen da ab so teilt euch mal ein bisschen auf damit sie sich wieder aufbaut so leute dann haben wir es auch schon naja schon see in the future jo leute ähm schon wieder angeschissen da so was versucht er denn jetzt sagt man wo will der hin aha okay gut dann weiß ich ja jetzt bescheid wo ist paketenwerfer ja oh man ach nee nicht schon wieder geldprobleme hier ey so kaputt machen den scheiß jetzt so kaputt machen den dreck so heute dann haben wir gleich pünktlich zum folgenende tatsächlich unsere erste basis hier aufgebaut man hat ja auch nur keine ahnung wie lange gedauert na gut der kann dann weg mach die gebäude marsch so halt okay sehr gut aber wir haben es bam 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 so äh dann brauche ich noch eine raffinerie so können sogar zwei zu zweit da drauf ballern so zack wieder kein geld na klar ach du scheiße was macht er denn jetzt hier mach die invasoren platt die invasoren boah das war knapp ey der ist so link mit seinen invasoren ne ist unglaublich ey oh jetzt kommt er aber an hier jetzt kommt er aber an jetzt kommt er aber an jetzt kommt er aber an äh 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 okay jetzt kommt er aber ordentlich angestellt angekackt hier so ähm reparatur luft bestätigt puh okay heute so dann das menigen steht da oben drauf sehr gut alter habe ich jetzt gleich mal einen zweiten sammler ja 39 minuten ja aber das passt schon so leute das passt schon ähm ähm wir haben uns hier aufgebaut das ist echt gut da 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 so sehr gut leute so dann können wir uns hier wartet mal geh mal erkunden ich glaube hier unten ist auch ein Tiberiumfeld in Ordnung und das nicht so weit weg oder in Ordnung oder nein da ist kein Tiberiumfeld in Ordnung ja toll echt super naja gut da muss ich eigentlich wartet mal dann ist da verteidigt dann ist da verteidigt dann kann ich den hier ja eigentlich verkaufen so da kann ich das reparieren und da kann ich eigentlich hier den aufbauen so dann mach mal wieder das Silo weg so dann kann ich jetzt hier einen aufbauen so ich kann orcas heliport öh ok wieso kann ich das vor allem mal heliports bauen krass aber dann bauen wir einen Jeep ja 41 minuten ich mache jetzt noch kurz eine Erkundungstour und dann äh mach ich voll auf Feierabend los die letzten Missionen ne meine Güte ja ist ja gut komm weiterfahren hier ist gar nix oh wartet mal da ist noch ein Bau von dem was oder was ja genau ähm mach nochmal ah da ist es doch ja gut aber das ist zu weit weg das ist viel zu weit weg ey wartet mal da muss ich mich ja auch irgendwie durchkämpfen ne ist schon heftig was da alles steht so wo ist denn hier das nächste Tiberiumfels sag mal alter wieder so ein Raketenwerfer das ist ja wohl nicht wahr hier oben ja toll aber kacke richtig kacke so bestätigt äh was halb kaputt hier oh man noch einer so jetzt brauchen wir tatsächlich so okay Kampfpanzer dann Baukampfpanzer einheit verloren ok leute dann haben wir zumindest schon mal so etwas wie ein Standbein und ähm ja da würde ich mal sagen liebe leute wenn euch diese folge gefallen hat dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten äh würde ich mich sehr freuen tatsächlich und erzähle es gerne weiter und äh ja dann würde ich sagen würde ich euch noch einen schönen Abend und einen schönen Tag ne tschü tschü